Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Kanal KiliKili. Wir spielen heute eine Runde Survival Games. Wir befinden uns gerade auf einer brandneuen Map von Lifebird. Auf jeden Fall startet dann auch gleich die Runde schon. 3, 2, 1, los! GG, okay, da haben wir auf jeden Fall eine Brustplatte und Schuhe ergattert. Ist doch richtig toll. Viele haben mir in den Kommentaren, also von dem letzten Video geschrieben, warum leckt es bei dir so übelst. Leute, sorry, ich glaube das lag an Aufnahmenprogrammen, weil ich hatte eher Schuhe benutzt, weil Arzett Scream Recorder bei mir eine kurze Zeit nicht ging. Okay, GG, da habe ich auch schon den ersten Kill, darum jetzt der nächste. Wenn wir das Team mal hier mit den Turbett rein. Oh, Drecksteam, richtiges Drecksteam. Cooler Spuren kommt jetzt da unten. Ich frage mich, warum die immer wegrennen, ganz ehrlich. Ich bringe die doch nichts. Ach, die ist noch nicht tot. Der ist noch nicht tot. Ja, GG! Also läuft relativ gut, Leute. Haben wir schon, glaube ich, drei Kills. Besser kann es nicht laufen. Und da sehe ich dann auch schon den nächsten. So, dann mache ich erst mal die Tür auf. Guten Morgen. Ah ne, da ist schon längst rausgerannt. Okay. Das ist ja Survival Games und ich finde, man sollte da nicht irgendwie nur Sachen suchen, sondern auch mal irgendwie den Kampf ziehen. Natürlich, der ist jetzt gelieft. Ja, der ist gelieft. GG, ich liebe Liefer. Ja, Leute. Ich glaube, es leckt nicht mehr so doll. Vor allen Dingen, ich glaube, das lag wirklich an R-Schuh. Muss ich mir wirklich entschuldigen an euch, dass ihr euch sowas angetan habt. Ich glaube, jetzt läuft das auch wirklich ein bisschen besser. Da sehe ich auch den nächsten. Wir befinden uns jetzt wieder auf einer neuen Map. Auch ganz neu. Auf jeden Fall viel... Ich darf nicht runterfallen. Viele Leute fragen sich auch, okay, wo ist jetzt die Folge, die du an Samstag aufgenommen hast. Muss ich euch was erzählen. Ich hatte ja mit R-Schuh aufgenommen. Und das große Problem war, dass ich halt mit R-Schuh halt die übelsten Lacks hatte. Und das wisst ihr vielleicht auch. Also es war halt wirklich... Ich konnte auch nur irgendwie so... Das ist die geilste Map, Leute. Das ist die geilste Map in Town. Wir sind jetzt auf meiner Lieblings-Map. Nämlich Breeze Island 2. Hier unten startet auch in 3, 2, 1. Go. Möge der schlechtere Gewinn... Ich brauche auf jeden Fall ein Schwert. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Helm und einen Steinschwert. Das ist nicht schlecht, denke ich mal. Aber ich renne hier gleich weiter. Ich ziehe mir nochmal ganz schnell den Helm hier an. Und es wäre natürlich richtig nice, wenn ich den jetzt hier bekomme. Erster Kill. Kann ich den hier gleich snapper-riven? Der hat mich nicht gesehen. Der hatte guten Stuff. Der hatte richtig geilen Stuff. GG. Das war wirklich geil. Das war richtig geil. Okay, der ist jetzt auf dem Boot. Gehe ich mal ganz schnell auf das Boot. Double Run Skills wieder auf 100. Okay, den habe ich auch. Ja. GG. Auf jeden Fall wirklich GG. 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 Das war wirklich richtig kacke. Und jetzt bin ich eigentlich so gut wie down. Das ist auf jeden Fall einer... Junge, das ist ein Hacker. Das... Das... Das war doch ein klarer Hacker. Das kann mir keiner erzählen. Leute, wie... Wie der mich einfach von da... Ich hoffe, euch hat diese heutige Folge gefallen. Wenn ja, lasst bitte eine positive Wertung da. Schaut mal jetzt bitte in die Kommentare, weil morgen wird das dann wieder eine Community-SG-Folge sein, wo ich halt mit Acetrile-Kotter aufnehme. Es wäre wirklich richtig nice, wenn richtig viele Leute kommen. Wirklich Dankeschön an jeden. Dann sehen wir uns morgen wieder. Also dann bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.